Ich verstehe nicht. Yay! Ich habe schon keinen Bock mehr auf den Kampf. Kann ich dich irgendwie einmauern oder so? Ich weiß ja nicht. Oh, es lebt! Scheiße! Nein, das soll kein Skelett sein. Oh mein Gott! Keine Kinder hätten jetzt voll Angst. Aber ich bin kein kleines Kind. Ich bin groß und stark und ich kann das ab. Wie, was ist das? Also eben ging es noch, aber jetzt wird es echt eklig. Also jetzt wird es... Jetzt geht es echt zu weit hier. Jetzt ist es vorbei. Oh Gott. Ewiger Geist, du Subot. Du Subot. Hi! Friss mich doch gleich auf. Warum ist das? Ach, du bin nicht schon verbreit. Ah, danke. Wollte schon sagen, warum ist das denn so gut? Ich habe keine Ahnung, wie ich dich machen soll. Du bist einfach nur groß. Du bist ein Stalos. Du bist ein Stalos. Du bist ein St- Oh. Tadam. 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 Du bist ein fettes Stalos mit einem Kopf wie... Du und... Ich! Ähm... Okay, komm her. Steini, komm her. Stein, nein, wo habe ich ihn her? Stein, komm her. Nein, nicht noch einen Stein. Einen Stein reicht mir, einen Stein reicht mir. Okay, oder auch zwei. Zwei sind auch in Ordnung. Erstmal muss ich aber den einen Schnuggi, bitte, lass mich erstmal den Stein dahin bringen. Ich brauche halt Zeit, ja? Lass mich doch erstmal einen Stein hinbringen. Ich weiß... Ey, es wird doch jetzt langsam mal... Gut, ja. Ja. Reicht den einen Stein nicht? Lass mich da... Bitteschön. Drehst du jetzt voll durch, ja? Schön. Wollte ich auch schon mal tun. Irgendwie ist dann eines Auges so ein bisschen schrottig. Ja, komm her. Weißt du, nachher hinten machen. Nachher hinten tun. Und dann geht das. Oh, 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 I like it. I like it very much. Ja, ist gar nicht so schwer. Okay, das habe ich jetzt gesagt. Scheiße, jetzt geht's ab. Ich habe es schon gemerkt, jetzt geht's richtig ab hier. Okay, was willst du tun? Das geht nicht zu weit nach vorne. Genau, wollte schon sagen, das geht nicht zu weit nach vorne. Jetzt, bitte, Stein. Stein. Bitte, Stein. Scheiße. Nein, Stein. Stein, warum tust du mir das an? Stein, bitte. I love you. I love you. Gib mir einen Stein. Gib mir einen Stein. Steine sind... Ey, don't do that. Ich... Ich wollte gar nicht da runterfallen. Er hat mich eiskalt betrogen. Genau. Und Scheißstein. Danach kein mehr. Ey, wieso? 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 Sag mir, wieso. Sag mir, wieso das jetzt nicht geklappt hat. Sag es mir. Sag es mir. Nein, du sagst mir das jetzt. Sagst mir, das ist ganz brutal, warum es nicht ging. Achso. Ja, ich verstehe dich sehr nicht. Ja, verstehe ich. Mal, lass mich bitte trotzdem den Stein hier hinbringen. Steini! Stein! Nein! Arschloch! Komm, den Stein. Den Stein nehme ich mir jetzt. Komm, Stein. Geh da rauf. Das nächste Mal, wenn das öffnet. Dann ist es soweit. Dann ist es soweit. Nein! 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 Stein! 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 Warum ging es nicht? Alles mit den Steinen übrig, ja? Okay. Nein! Das war mein Stein. Wieso machst du mal drei Steine? Hör auf, drei Steine zu machen. Hör auf damit. Ich mag das nicht, wenn du drei Steine... Nein. Ich weiß gar nicht, was er für Komplexe hat. So, gib mir das her. Jetzt habe ich bitte auch so viele Steine zu machen. Ich mag das nicht, wenn du so viele Steine hast. Hörst du auf? Den machst du jetzt bitte kaputt? Jetzt kommt noch ein anderer Stein. Das ist nämlich mein Stein, genau. Mein Stein kommt jetzt nämlich auf seinen Platz. Lass ihn doch mal auf seinen Platz gehen. So, hallo. Hallo. Ich möchte einfach nur, dass er auf seinen Platz geht. Ich weiß gar nicht, was dein blödes Problem ist. Aber warum machst du es denn wieder zu? Und was soll ich denn... Wie soll ich das denn machen? Ich weiß nicht, wie ich das jetzt machen soll. Das ist doch einfach nur scheiße mit Adozial. Ja, hol noch mehr Steine raus. Genau. Komm schon. Mein Stein. Mein Stein. Gib ihm meinen Stein. Nein, das ist mein Stein. Was tust du da denn? Gib mir meinen Stein. Ey. Du Opfer. Oh, das ist doch schon Arschwix. Was ich ehrlich sage. Ja, gib mir doch einfach einen Stein. Genau. Nein, mach sie nicht kaputt. Ja, los, gib mir einen Stein. Komm in den nächsten Stein. Genau, das ist jetzt mein Stein. Mein Stein lässt ihn in Ruhe, ja? Lässt ihn in Ruhe? Oh, Stein. Stein, bitte. Ich bitte dich schon. Ich kümmere den Stein, aber nicht klar. Da oben. Da oben. Da oben. Da oben. Nein. Oh, komm schon. Oh, du Arsch. Nein, ich möchte nicht runterfallen. Oh Mann, Moro. Hör doch auf damit. Schütz mich. Nein, ich will nicht sterben. So. Es gibt mir meinen Stein. Ich wollte schon sagen, mein Stein darf doch nicht einfach so weg sein. Fuck, geh da rauf. Nein. Du bist ein Arschloch. Komm schon, Stein, geh da rauf. Stein. Nein. So, du gehst jetzt da oben hin. Stein, geh doch da hin. Stein. So. Geh da hin. Geh da einfach hin, so. Und dann gehst du einfach da rauf. Ein bisschen hoch. Noch ein bisschen hoch. Noch ein bisschen. Und dann ist es rauf da. Rauf da, Stein. Stein. Danke. Nein, 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 nein. Okay, komm her. Nein, ich will aber nicht. Geh weg. Ich will nicht. Kriegst du eh nicht hin, so. Komm her. Komm her. Jetzt öffne deinen Scheiß. Genau, komm her mit deinem ersten. Danke, danke. Geht doch. Auch wenn ich von der gefallen bin und so, ist mir scheißegal. Okay, was macht er jetzt? Ich habe Angst. Was machst du jetzt? Ohne Scheiß, ich darf wieder. So. Gibt es noch irgendwo eine Vase? Ja, eine Vase gibt es. Ja, schön, dass du das machst. Ist mir doch egal. Geh weg. Willst du gerne noch eine Vase haben? Wie lange machst du das denn? Ist dir gut? Aha. 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 Schön. Freut mich. Ah, natürlich. Oh, what the fuck. Oh, what the fuck is going on? Ja. Ja. Bist du böse oder was? Böser Junge. Böser Junge. Böser Junge. Lass mich hier bitte, ähm... Was habe ich getan? Wow. Ganz, ganz ruhig. Ganz ruhig, Leute. Er drückt gerade richtig durch. Er drückt gerade sowas von durch. Glaubt ihr mir gar nicht? Oh, scheiße. Bist du gut? Hallo? Kannst du vielleicht irgendwas tun, damit du aufhörst, das zu machen? Danke. Ja, los, holst du ein Feuerding. Ah. Na los, mach's wieder. Was hat denn das für Komplexe? Was habe ich Ihnen denn bitte getan? Ich habe Ihnen nichts getan. Ich habe Ihnen wirklich nichts getan. Ich habe Ihnen... Vielleicht... Ich bin ja irgendwo nicht schon nahe gekommen. Ich glaube, er mag keinen menschlichen Kontakt. Das ist natürlich nicht schön. Auf jeden Fall will ich ihn aber nur irgendwie besiegen. Wenn das möglich wäre, bitte. Bitte, habe ich gesagt. Und ich habe... Fick dich doch. Arschloch. Ach so, das machst du wieder. Mach ihn weg. Nein! Oh, mach doch nicht dein... Fick dich! Du bist doch scheiße. Ich muss gleich los. Ich habe keine Zeit mehr. Jetzt lasse ich doch auch noch besiegen. Ich nehme hier schon fast eine Stunde auf. Meine Nase blutet. Ne, gar nicht. Ich war jetzt einfach nur ein bisschen... Verder gestattet. Äh, der... Ja, was mache ich denn hier, dass das so rumspinnen muss? Komm her. Balli. Ball! Komm, geh da hin. Geh da einfach hin. Nein, erst... Wartet doch, ich muss ihn erst mal nach raufkriegen. Nicht, dass er jetzt runtergefallen ist. Wenn er jetzt runter... Ich bin runtergefallen. Okay. Das ist ja kein Problem. So lange mein Ball nicht runterfällt, ist alles in Ordnung. Also bitte fall nicht runter. Fall nicht. Nicht fallen. Nicht fallen habe ich... Oh, fick dich doch. Fick dich ganz hart. Ja, genau. Du musst einfach nur... Und du machst jetzt... Oh, Alter, erregt mich so auf. Genau, geh da mal nach oben. Geh da mal nach oben. Geh da mal nach oben. Oh, komm schon. Komm schon. Das muss es doch nicht sein. Muss es das wirklich sein? Komm, jetzt aber. Jetzt aber. Stopp. Halt, stopp. So. Der kommt jetzt bitte da rauf. Bitte. Bitte. Wäre das vielleicht... Ja. Das wäre möglich. Okay, das ist doch schon mal sehr schön. Fuck you. Oh, Gott. Red mich nicht auf, du Penner. Red mich einfach nicht auf. Ey, ich habe doch geworfen. Hä, was soll ich denn tun? Wie soll ich denn besiegen? Hallo? Willst du da vielleicht eine Bombe in dir drin haben? Oder was willst du? Moment mal ganz kurz. Ich könnte dir auch noch mal eine Bombe reinwerfen. Wie wäre es? Irgendwie habe ich keine Bomben. Komm mal her. Komm mal her. Ich habe keine Ahnung, wie ich dich versiegen soll. Willst du keine Bombe? Okay, ich merke schon. Ich merke das schon. Ne, er hat keine Ahnung, was er von mir will. Habe ich gar keine Ahnung. Oder was ich... Ich meine... Er hat es ja nicht mal irgendwann offen. Ich verstehe das nicht, wie er das macht. Ja, los. Töte mich. Töte mich. Anniest will ich das nachgucken. Dann, damit ich weiß, wie ich diesen Pad... Moment, ich gucke nachher. Hier hat kein Bob mehr. Okay, Leute. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie das funktioniert. Also muss ich aber in so einen scheiß Ball bekommen, dass man irgendwie möglich ist. Danke, denn es ist kein anderer, kein anderer. Nein! Hey, Leute. Ich habe schon wieder keinen Bob mehr. Nein, 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 nein. Ist das jetzt ein Ball? Oder? Bitte, bitte gib mir mal so einen scheiß Ball, damit ich es beenden kann, ey. Bitte, ja, genau, genau. Das ist, das ist guter Stoff, guter Stoff. Was hat er denn? Dann ist noch der Ball. Hört mich grad auf. Komm, den letzten jetzt. Den letzten jetzt aber. Okay, sehr gut. Dann müssen wir einfach hier rauf. Nein. Schön hier hin. Hier hin. Hier hin. Hier hin. Hier hin. Hier hin. Also einfach... Nein, nicht zu dem... Oh, halt, warum spielt denn das jetzt bitte so rum? Was habe ich getan? Dass ihr so rumspielen müsst. Moment. Ähm... Und schon nämlich... Oh, halt, stopp. Falsche Seite. Falsche Seite. Okay. Dann gehen wir uns nämlich hier hin. Und dann... Dann müssen wir einfach warten, bis da wieder... Noch nichts. Okay, schon gut, schon gut. Komm her, töte mich. Komm, lass mich treten. Genau. Gar nicht so schlecht. Und dann... Los, hol deinen... Los, komm schon. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Weil hinten ist es nämlich offen. Ist mir dann aufgefallen beim Video. Sorry, sonst hätte ich die ganze Zeit so weiter gemacht. Ich hoffe, das stört euch nicht. Und jetzt... Moment, ich glaube, ich nehme so einen scheiß Trank. Ja. Auf jeden Fall. Ich meine... Ich brauche Leben. Leben ist schön. Leben braucht man einfach. Und gleich haben wir es auch noch geschafft. Das ist... Moment. Ich brauche mein... Na. Halt, stopp. Halt, stopp. Halt, stopp. Nein. 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 Ich frage mich, warum das Willi so rumwackelt. Seht ihr das auch? Ich hoffe, ich bin nicht die Einzige, die das sieht. Doch, hoffe ich. Doch, ich hoffe, dass du sehr... Jetzt schießt schon noch mehr? Oh, was bist du für ein Penner. Egal. Wir haben uns unter einen schönen, tollen Ball. Und dann können wir da... Nein. Geh weg. Moment, ich brauche doch ganz kurz nur... So. Äh. Nein. 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 Ich möchte nicht runterfallen. Nein. Geh weg. Und komm, noch einmal. Noch einmal. Und noch einmal. Noch einmal. Ja. Treff mich doch. Ist mir egal. So. Komm her. Ist der andere Ball noch da? Ist er noch da? Ja. Okay. Sehr gut. Ich möchte nur ganz kurz. Nur ganz kurz. Nur ganz kurz. Nein. Warum nicht? Warum nicht? Was habe ich getan? Ich meine, ich war doch ganz hinten dran. Oh. Dann halt noch mal. Nicht dein scheiß Ding hier machen. Bitte nein. Bitte nein. Bitte nein. Hör auf damit. Das ist nicht cool. Das ist sowas schon gar nicht cool. Hör auf. Hör auf. Okay. Gleich können wir es wieder versuchen. Bitte bitte. Hör auf. Also. So. Hier ist auch noch der andere Ball. Aber irgendwie komme ich nicht an ihn ran. Kein Plan. So. Komm her. Ich muss gleich los. Das ist die Scheiße. Das ist so verdammte Scheiße. Wieso mache ich das denn schon? Ach so. Wegen den Ballen. Ballen? Machst du jetzt drei oder? Nicht drei. Zeit. Oh du Penner. Okay. Versuchen wir einfach nur mal den hier irgendwie hochzukriegen. Wöchst du irgendwie funktionieren. Nicht wundervollen. Nicht wundervollen. Ja komm. Komm schon. Mach mich fertig. Los. Los. Nein. 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 Obwohl. Nein. Nein. Das packen wir nicht. Ich möchte doch immer nur diesen Ball hier wegbekommen in diesem Scheiß. Ja. Das kriegen wir hin. Oder auch nichts. Oh komm schon. Sei mal nicht so uncool. Sei mal lieber voll cool drauf. Rauf. Nein. 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 Und du gehst da nicht durch. Gehst da nicht durch hab ich gesagt. Okay. Geh da rauf. Nein. Geh da rauf. Geh da rauf. Bitte. Bitte. Geh da rauf. Bitte. Nein. Nein. Geh weg. Ja. Treff mich doch. Ist mir egal. Geh da rauf. Geh da rauf. Geh da rauf. Rauf. Rauf da. Nein. 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 Ja ja ja. Ist mir egal. War normal. Ist mir auch total egal was du da gerade tust. Warum spinnt das denn so rum? Hä? Da ist doch gar nicht mehr geru... Ich spinne gerade so rum. Ich hab vielleicht keinen Bock mehr, wenn das so weiter rum spinnt. So. Ach. Aber was hab ich... Warum spinnt das so rum? Es soll nicht rum spinnen. Das macht mich nämlich unglücklich. Geh zur Seite. Geh da rauf. Hä? Das hab ich doch gar... Das ist so scheiße, wenn ich mein Ding benutze. Dann seh ich gar nicht, wenn er das einsetzt. Das ist total asozial. Ja, los, renn rein. Ist mir egal. Ich möchte einfach nur jetzt, dass ich diesen Scheiß hier rauf hab. Komm schon. Da rum rauf. Genau. Sehr gut. Moment. Ich muss... Hey, jetzt muss ich einmal außen rum rennen. Oh. Oh, wie scheiße ist das denn? Oh nein. Oh nein. Okay, hier bleiben wir. Irgendwie. Versuchen nicht zu sterben, bitte. Okay, wir versuchen nicht zu sterben. Nicht zu sterben. Nein. Aha. Wir sterben. Wir sterben. Mayday, Mayday. Ach, kein Bock mehr. Ernsthaft, der macht keinen Spaß. Warum nicht? Oh Leute, ich... Nee. Halt, stopp. Ich hab... Ich hab hier kein Bock mehr drauf. Ich werd hier jetzt ausmachen und dann ein anderes Mal weitermachen. Also erstmal will ich speichern, obwohl es eh nix bringt und dann mach ich ein Safestate. So. Ah, ist das scheiße. Weil ich grad so unter Zeitdruck stehe, bin ich so schlecht und kann nicht denken. Ich kann mir eh nie denken, aber bis zum nächsten Part. Und so Leutchen, ich werd jetzt mal weiter aufnehmen mit diesem Scheiß. Scheiß, Scheiß, was machen? Ich weiß jetzt nicht, wie es geht. Ah! Nämlich hat er an der Seite... Was? Ach, hier sind zwei Stück. Schön. Nein! Achso. Mach einen Moment. Moment. Gib mir erst mal ein Herz. Falsches. Ich hab hier gerade ein falsches Item. Also, bestimmt in Ordnung. Vielleicht kriegst du da hin, dass ich das irgendwie von... Nein. 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 Mach ihn kaputt. Ja, 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 ja. Kein Problem. Nein, 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 nein. Okay, kein Problem. Okay, doch ein Problem. Doch ein Problem. Ganz, ganz, ganz großes Problem. Ah! Nein! Scheiße! Das ist wirklich ein Problem. Weil ich grad echt nicht weiß, welche Seite eigentlich offen ist. Ähm... Ich kann halt vielleicht mal aufhören, das einzusetzen. Bitte! Bitte! Danke. So. Oh, hier ist noch eine Truhe. Oh, cool. Eine... Ne, runter! Eine... Nein, nicht runter! So. Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Und das ist jetzt meins. So. Die wird jetzt hier... bisschen rauf. Auf. Auf. So. Muss ich gucken, ob ich das überhaupt mache. Ja, komm, hol noch mehr raus. Wo noch mehr. Komm schon. Genau. Genau. Komm, hol mich. Moment. Ähm... Muss ich wieder warten bis zum nächsten Mal. Mh... Müssen wir auf jeden Fall hier stehen bleiben oder irgendwie... Nein, nicht dahin zielen! Ah, nicht getroffen. Glück hat. Äh... Nein! 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 Hör auf ganz schnell. Hör auf! 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 Das wird knapp! Warte, ich pack mir das. Sehr gut. Nein, das war es nicht! Wo war es dann? Andere Seite ist für andere Seite. Leute, das ist für andere Seite. Moment, ich muss mal ganz kurz... Halt, stopp! Halt, stopp! Ähm... Ähm... Sammlung gucken, wie... überhaupt... Moment... Ah, ich wollte hier gucken. Schätzliche Lied? Nein! Lichtes? Nein! Vorgeruf? Nein! Rettungslied? Ähm... Rot... Äh... Grün? Äh... Steht hier, ne? Allgemein möchte ich jetzt bitte auf das... Okay, das war... Wie? Okay... War's das? Bitte, ich möchte bitte irgendwie... Bitte, bitte, bitte! Ich brauche Leben! Nur einmal habe ich gesagt! Ich weiß! Das ist jetzt auch nicht so sch... Wir stehen ein bisschen scheiße! Okay, er hat eh keinen mehr übrig! Jetzt aber wieder! Okay, ich habe eine gute Idee, wie ich das immer machen werde! Ah fuck, nicht so! Nee, nicht so! Nicht so! Nein! Das ist hier so! Ganz viel! Okay, und dann... Hier schön rüber! Komm schon rüber! Schön rüber! Schön rüber, habe ich gesagt! Schnell bevor er diese Scheiße einsetzt! Nicht runter gehen! Okay, er ist unten! Haben wir verloren! Scheiße! Verpiss dich! Wir kriegen es aber heute noch hin! Das weiß ich ganz genau! Das hoffe ich einfach, dass wir es hier willkommen! Weil ich mich durch diesen blöden, blöden Ding ins besiegen! Er ist scheiße! Oh! Er ist sehr scheiße! Okay, jetzt komm her! Wir kriegen das hin! Okay, komm her! Mach deinen Scheiß! Oh, nochmal! Oh, willst du mich jetzt voll verarschen? Nein! Du Penner! Hör auf! Nein! Hör auf! Das einzusetzen! Das ist total uncool! Das ist mega uncool! Hör auf damit! Hör auf! Das ist nichts für kleine Piratenschädel! Ja! Piratenschädel! Nenne ich das einfach mal! Wir werden von hier an zu laufen, wenn er das mal endlich einsetzt! Das ist ein! Er setzt es ein! Er setzt es ein! Das ist eins! Zwei! Fuck! Drei! Und... Vier! So! Moment! Müssen wir... Einmal hier rum? Es gibt eine andere Seite, was ich nicht wusste! Ja, setzt es doch ein, Mensch! Ist mir doch scheißegal! Lauf! 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 Gott! Ich wüsste gar nicht, wie viel Spaß dieser Boss macht! Hat er es doch hinten? Als anscheinend doch hinten! Mensch! Nein! Mach ganz schnell! Ja! Sehr gut! Sehr gut! Sehr gut! Ich habe es irgendwie hinbekommen! Okay, du siehst ja komisch aus! Curvy! Warum ist dein Kopf da drin? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Du bist so wunderschön! Darf ich dich jetzt bitte töten? Boss, der mich zum... Aufregen... ...bringt! Ja... Ich denke mal, ich weiß jetzt, was ich tun soll! Irgendwann hin... Oh! Er frisst den Sand auf! Oh! Ihn... Angreifen! 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 Nicht durchdrehen! Mein kleiner Freund! Nein! Hör auf Sand zu fressen! Hör auf damit! Oh! Hör mir dich gleich! Hör mir dich gleich! Bitte, bitte! Oh, er ist tot! Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Ich hab's gepackt! Wow! Wow, ich hab die Musik! Wow! Nee, ich wollte gerade den letzten... Ich könnte ja nicht zu Ende aufnehmen, deswegen mach ich's gerade. Entschuldigung! Nicht schlimm, das ist kein Problem. Die kenn ich doch alle. Ich kenn mich doch alle. Nee, kenn ich mich! Ja, leider. Ne? Sag deinem Freund mal, er soll sie kennenlernen. Danke. So, haben wir diesen scheiß Gegner auch mal besiegt. Und was passiert jetzt? Ich hoffe irgendwie immer noch, dass diese Geister kommen, wie bei Phantom Hourglass. Hab ich mich mal so gefreut, wenn dann dieser Lichtgeist kam. Fand ich immer toll. Find ich immer noch das beste Zelda für mich. Und hier ist wahrscheinlich der Lichtbogen drin, ne? Nee, gar nicht. Hier ist ein Herz. Also ich, ne? Mit meinen komischen Vorausangehungen, die gar nicht stimmen. Egal. So, hier drin ist jetzt bestimmt der Lichtbogen. Lichtbo-bogen. Ähm, Sandtempel. Ja, okay. Gib mir bitte das, was auch immer da drin ist. Ja, das ist in Ordnung. Der Rest ist mir total scheißegal. Hier ist er drin. So. Du hast den Lichtbogen erhalten. Halte den Touchpin auf dem Bildschirm. Du kannst vor allem aus heiligem Licht verschießen. Ist das der Lichtbogen? Eine heilige Kraft geht von ihm aus. Ich frage mich, was Marado und seine Handlanger machen. Hier kommen wir schnell zurück zur Schiene. Okay, also wahrscheinlich müssen wir jetzt da rüber. Mal gucken, wie das funktioniert. Lichtbogen. Okay. Okay. Lichtbogen. Bam. Jetzt vielleicht? Äh, was? Hallo? Ist das nicht der Lichtbogen? Was? Ah, Aufladen muss man ihn. Ah, ich verstehe ich's. Ach so. Wollte schon sagen, was mache ich falsch? Genau aus mit dem Lichtbogen. Es ist sehr angenehm schon. Ja. Sehr toll. So, Mensch. Kann er noch mehr leuchten? Sieht aber irgendwie richtig cool aus. Ja, das hat auch ganz viel Style. Ja, ja, ja. Wir kommen jetzt hier zurück. Ach so, mit ihr bestimmt. Mit dem Zug, meine ich. Aber ich werde das jetzt nicht weitermachen. Ich werde eigentlich nur eine Bosch-Nitsfende machen. Ja. Das heißt, bis zum nächsten Partei. Und tschau. Also tschüss. Ciao. aaau. Corps.